Vorausschau Einmal Dumpretel, schaut ja super weit aus Für den Mittelteil, da habe ich schon was angefertigt, da gibt es ein Video dazu Da schaut es natürlich auch grausam aus Da ist die Form aber intakt, das Blech dürfte auch gesund sein, das gehört nur so entrostet, dass es nicht weiterrostet Die Form habe ich da abgenommen Ich habe das am Loch ausgerichtet Da sind die zwei Schrauben Das Eck da oben Das ist einmal die Form Und die restlichen Schichten, da der Karton aufhört, kann nicht aufhören Das heißt ich muss bis da ausschneiden, da ist es stabil, als andere ist es schmalen Und auf der Seite wird das Blech auch so aufdrehen Und das Blech liegt unter dem Kurvenblech drunter Das heißt da muss ich absetzen Und dann kann ich das Blech ersetzen komplett Ich muss dann noch die Kurven anfertigen Weil die Kurven halt auch Das ist nicht so gut wie nicht mehr existiert Und was so schön ist Weil ich auch auf der Rückseite bin natürlich da Da ist es komplett rustig unterfeuert Also auf Quartage ist es so, dass da anscheinend das Kondenswasser aussieht Weil das ist halt eine Heizung geschafft Und als ersten Streich werde ich das da einmal ausschneiden und anfertigen Damit ich da hinten noch einmal das Fenster mal schon mal habe Dann ist da ja das Stähblech liegt da so auf Da sind Schwarzpunkte da gesetzt Die wirre ich alle, weil ich würde da irgendwo abdrehen Und wir den Teil einfach abschleifen, dass das hier unten bleibt Da hier unten ist allerdings auch das Innenblech gepackt Da bin ich am Schauen Vielleicht sind wir hier in ein Wunker Und dass das auch ein Wunder ist Ich habe das wieder gelassen von uns Weil ich so etwas noch nicht mehr gemacht habe Aber es ist machbar Ich bin Korte Dinge, die wir sehen Eine andere Bunker Das Blech ist ja schon in der Zwischenzeit mal rausgezogen Ich muss auch nicht ein bisschen abschleifen Aber das ist alles Was ist das da? Ah, da geht ja nicht weiter Das ist das Blech Das da ausgeschnitten werden ist Das kommt dann irgendwo da so rein Ich muss für den Zweck Ich muss für den Zweck Ich muss da noch eine Kante drinnen Ich schaue es mir noch Ich schaue es mir noch Da geht es jetzt kalt her Und da muss ich da noch eine Kante machen nach vorne Und dann braucht es nur noch die geschickten Hände Die Kante unten Die brauche ich nicht Die Strasse kann ich da noch rum Und dann ist es einmal durch die Räder Und dann ist es einmal durch die Räder Da geht es nicht weiter Ich kann es nicht weiter Nummer Ich schaue Das Blank Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So wie das hier aussieht. Ja. Schau mal. Schon etwas angeknabbert. Und da kommt da hinten ein kleines Blech rein. Und da vorne, das ist so der Start. Und da oben, da gehört auch noch einmal, wenn es einer, da habe ich schon eins angefertigt. Allerdings habe ich da blöderweise ein zu dickes Blech genommen. Das heißt, ich muss das da noch einmal speziell umformen. Und ich weiß nicht, ob ich dieses 1mm Blech überhaupt so gehörten kann. Das hat zwar's wurscht, aber ich muss da noch so einen Knickchen machen. Und das da ist jetzt das dünne Blech. Weil das ja auch ganz ein dünnes ist. Und da nehme ich jetzt mit. Die Löcher sind gebohlt. Die sind genau ein bisschen zu hoch. Das ist das, wenn das nicht lange weg ist. Wenn ich die tiefer weg habe. Aber als erster Seite eh da hinten ist. Blech gebrauchen. Damit ich auch schon zum Anschweißen habe. Die sind nicht lange weg. Die sind immer gemellWhat. Die sind dann nicht so schwer. Und das ist die ganze Zeit. Die sind Kolleginnen und Kollegen und Kollegen. Diese sind nicht so schwer. Die sind zum Anschweißen. Die sind nicht so schwer. Diese sind zu tief in Schmählen. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja, das ist sicher. Okay. Das ist ja gut. Das passt jetzt mal. Ich bin natürlich noch nicht mehr. Okay, mit der Pulsierin, wo du bist. Da war ich hier. Da fährt man so viel, dass er immer schlafen kann. So, jetzt ist die Kamera wieder alles vorhin gewesen. Hier habe ich eben ein Muster gemacht. Auf der linken Seite. Auf der anderen Seite meiner Toenbrille existiert es noch ganz genau was ich brauche. Also ich wollte mir das hier aufzeichnen. Ich muss mich kontrollieren. Spaß! Das Innenblech muss ich auch nicht machen. Super! Ja, gut. Das heißt, ich mache zuerst das Außenblech. Das, was ich hier oben tue. Und dann das Innenblech. Und dann das Innenblech. Aber ich muss nichts aufpassen. Gut. So, ich muss das mit der linken Hand weg haben. Damit ich das mit der linken Hand weg habe. Okay. Ich nehme. Ich nehme mich. Ich nehme die, ich nehme die. Und dann, ich nehme das mit dem. ich gebe mit der linken Handling die Gsehre Das geht nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.